Tja, ich ärgere mich über einen Fahrradständer beim Aldi, der fehlt und irgendwie passiert da nichts. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Lied. Vielleicht ändert es was. Wenn ich zum Einkaufen fahr'n, sind Fahrradabstellplätze rau'n. Ein Fahrverbot von dem Geschäft ist toll, was das für Radfahrer soll. Hinauf, enge Spirale, eine kleine Todesfalle. Dort der offizielle Abstellplatz, Planung vorgesehen hat's. 200 Meter Schussfuß, vielleicht nehm ich gleich den Bus. Stadt fährt die jetzige Lösung gut, kurzsichtig Behörden sucht. Ein Fahrrad sollte an vielen Blätzen stehen, es als langsam Verkehrssehen. Ja, wird kaum den Platzbedarf aufblähen. Warum sollte mir bepackt viel gehen, sollte doch jeder reinsehen. Für mich ein Schildbürgerstreich, doch das ist mir gar nicht gleich. Geht hier mit gutem Beispiel voran, Rad-Einkaufspflicht ist nun dran. Ein Fahrrad sollte an vielen Blätzen stehen, es eben als langsam Verkehrssehen. Er wird kaum den Platzbedarf aufblähen, warum sollte mir bepackt noch viel gehen, sollte doch jeder reinsehen. Liebe Behörde, wach auf, damit ihr kapiert bei mein Kauf, man das Rad vor dem Laden stelle. So geht es auf die Schnelle, so geht es auf die Schnelle. Dankeschön. Dankeschön.